Ravidou Retrouvé, herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen an diesem 9. Februar. Sinn Fein mischt Irlands politische Landschaft auf. Die linksgerichtete Partei, einst politischer Arm der IRA, wird nach der gestrigen Parlamentswahl eine ernstzunehmende politische Kraft. Die Schweiz zieht nach beim Schutz von nicht-heterosexuellen Menschen. Eine deutliche Mehrheit setzte sich bei einem Volksbegehren durch, um Hass und Diskriminierung wegen sexueller Orientierung künftig unter Strafe zu stellen. Und Les Miserables, die Wütenden, bei den Oscars. Wir besuchen den Pariser Vorort, in dem der französische Anwärter auf den Auslands-Oscar gedreht wurde. Nach der vorgezogenen Parlamentswahl gestern droht Irland nun eine schwierige Regierungsbildung. Die Auszählung der Stimmen kann noch mehrere Tage dauern, denn das Ergebnis scheint denkbar knapp zu sein. Laut Nachwahlbefragung liegen gleich drei Parteien gleich auf, darunter erstmals auch die Sinn Fein. David Arnold erklärt uns, was das für die politische Zukunft der Republik Irland bedeutet. Die tolerante und weltoffene Schweiz hat sich durchgesetzt. In der Antirassismus-Gesetzgebung des Landes war bisher schon Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder Ethnie verboten. Über 60 Prozent der Schweizer und Schweizerinnen haben sich heute per Volksbegehren dafür ausgesprochen, auch sexuelle Orientierung in die Liste aufzunehmen. Damit steht gezielter Hass oder Gewalt gegen queere Menschen auch in der Schweiz künftig unter Strafe. Mehr dazu mit unserer Spezialistin für Schweizer Angelegenheiten, Johanna Siegel. Wenden wir uns der verzweifelten Lage der Menschen im syrischen Idlib zu. Die Stadt im Nordwesten des vom Krieg zermürbten Landes ist nicht nur die letzte Rebellenhochburg gegen Machthaber Al-Assad. Sie ist auch die Zuflucht für eine Million vom Krieg vertriebenen Zivilisten und Sammelbecken für gestrandete Islamisten. Die Bomben machen jedoch hier keinen Unterschied. Syrische und russische Streitkräfte führen einen unerbittlichen, von Drohnen gelenkten Krieg aus der Luft. Und am Boden kommen jetzt türkische Truppen den Rebellen zur Hilfe. Es droht eine militärische Eskalation. Mehr dazu mit Sarah Hofmeyer. Blicken wir auf die andere Seite des Atlantiks. Der Start ins Rennen um den Schreibtisch im Oval Office hätte für die Demokraten kaum holpriger sein können. Die erste Vorwahl im Bundesstaat Iowa endet in einem Auszählchaos. Ein definitives Ergebnis gibt es immer noch nicht. Aber wenigstens zwei klare Favoriten. Das linke Urgestein Bernie Sanders und Pete Buttigieg. Auch wegen des schwer auszusprechenden Namens nennt man ihn in den USA fast nur Mayor Pete. Ob sein gutes Abschneiden in Iowa nur ein Glückstreffer war, wird man am Dienstag abschätzen können. Denn dann finden die nächsten Vorwahlen statt in New Hampshire. Barbara Loch. Der Countdown für Europas spektakulärste Expedition zur Sonne läuft. Morgen früh um genau 5.03 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll die ESA-Sonde Solar Orbiter von Cap Canaveral in den USA Kurs aufs Zentrum unseres Sonnensystems nehmen. Zehn Jahre lang wurde diese Reise zur Sonne vorbereitet. Wissenschaftler versprechen sich davon, beispiellose Einblicke in die geheimnisvolle Welt unseres Muttersterns. Leo San Marti berichtet. Unser Europa-Dossier am Sonntag beleuchtet heute das Bildungssystem in Österreich. Ein Enthüllungsbuch hat im Januar eine landesweite Diskussion über den politischen Einfluss in der Schulpolitik angestoßen. Bevor wir Ihnen Autorin und Skandal vorstellen, erst ein kurzer Blick auf die bildungspolitische Landschaft unseres Nachbarn. Stark unter Beschuss geraten ist dieses System nur nach der Veröffentlichung des Buches Machtkampf im Ministerium, wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört. Geschrieben hat es Susanne Wiesinger, eine Lehrerin, die vom Bildungsministerium ein Jahr lang als Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte beschäftigt worden war. Dieses Jahr hat sie genutzt, um landesweit mit Lehrkräften und Schuldirektorinnen und Direktoren zu sprechen. Herausbekommen ist ein Tätigkeitsbericht fürs Ministerium, aber eben auch ihr Enthüllungsbuch, das den politisch motivierten Reformstau an den Schulen in Österreich anprangert. Dorothe Hafner und Stefanie Schorries haben sich das vor Ort selbst angeschaut. Und zum Schluss noch die Oscars, die heute Abend in Los Angeles, also für uns um zwei Uhr morgens, vergeben werden. Zu den Anwärtern für den besten Auslands-Oscar zählt auch der französische Publikums-Erfolg Les Miserables, der unter dem Namen Die Wütenden auch gerade in den deutschen Kinos läuft. Unser Reporter Nicolas Jox ist in den Pariser Vorort gefahren, aus dem Regisseur Lachli stammt und in dem seine eindringliche Milieustudie spielt. Und wir drücken den Wütenden die Daumen. Noch eine Warnung zum Schluss. Das Sturmtief Sabine besitzt Orkanstärke. Bringen Sie sich also bitte in Sicherheit. Die Bahn will den Fernverkehr bundesweit einstellen und Übernachtungszüge in den Bahnhöfen einrichten. Auch zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Sabine zieht vom Westen Europas Richtung Osten. Es steht uns also eine sturmreiche Nacht bevor. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Merci, soyez prudents, airdemar. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Passen Sie gut auf sich auf und bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020